Es gibt beispielsweise gute Studien, dass körperliche Bewegung auch bei bereits gestellter Alzheimer-Diagnose noch einen positiven Effekt auf die weitere Entwicklung ausübt. Das findet natürlich nicht statt, wenn Sie in einem Seniorenwohnheim oder in einer Spezialeinrichtung für Demenzkranke dann irgendwo in einem Stuhl sitzen und vergessen werden. Untertitelung des ZDF, 2020